Die Anleitungen sind installiert, habe ich gelesen, dass der Heer nicht einleuchtet, aber ich denke aber dann geht halt, dann ist das Spiel halt wohl leicht, wenn man nicht mal mehr den Heer hat, weil der Heer macht jetzt auch nicht viel, sag ich mal. Ah, macht er was. Ah, was? Er macht braaa. Und alle paar Minuten sagt er mal halt, hallo, ich bin's der Keller, Fritz. So, da le... He, ist eh wieder da. Sand... Echt, schon wieder da? Ja. So, schnell respawnte, ah ja, krass. Ja, dann komme ich jetzt drauf, ich habe eher alles unten, glaube ich. Oh, da ist Metall auch noch gut viel. Metall? Nein, Essen gibt's keinen. Ach, Schott, Schott. Schön gekocht ab. Oder, warte mal, nein, blödsinn. Ach, du meinst Schott. Ja, warte, Essen gibt's gleich. Kümmern mich drum jetzt. Ja, ich finde, unser Koch ist leider ein bisschen... Schon wieder leer, das Wasser. Okay, nein. Ich habe es jetzt nicht. Schau, zu meinem Burschen. Na, Alex, ich war aufs Gehe. Man kann es nicht nachfüllen, wenn hinten... ...wenn vorne voll ist. Zwei. Ein auf jeden Fall. Ja. Der Zugzucker erhöhen den Hunger, krass. Ja, ja. Dass du überschreitst. Geil. Was erhöht den Hunger? Desto besseres Essen du isst, umso mehr steigt das dann. Also über dein Essensdings dann. Krass. Also das ist... Also das ist... Das zahlt sich aus, die Gemüsesuppe. Das kostet viermal... 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 Kann man ablegen eigentlich? Viermal Kartoffeln. Krass, das ist gut. Das ist billig. Das einzige Schüssel verschwindet halt. Ja, von mir schon. Hast du das richtig in Richtung André? Ich hab's nicht gesehen. Hab ich schon. Ja, die Schüssel verschwindet. Ja gut, aber ich sag einmal, der Ton ist jetzt nicht schlimm. Zurzeit brauchen wir ihn für nichts anderes. Ich weiß auch nicht, wie viel man rauskriegt aus. Es kostet nur zwei Ton. Zwei Ton ist eine Schale. Was? Nein. Nein, nein. Es sind... Warte mal. Es sind drei Schalen, glaub ich. Echt? Oder warte mal. Vier Schalen. Zwei Ton, vier Schalen. Vier Schalen sogar, ja. Der Norbzi muss nur lesen. Wo möchtest du den Ton eigentlich reinhaben, Norbzi? Ich geb den nur bei Ton rein. Achso, da haben wir schon eine Tonkiste? Ja. Ah ja. Wo? Wo? Wo ist denn der Ton? Norbert, übrigens, wenn du drückst auf das linke Zeichen von den zwei Zeichen, die bei der Kiste stehen, dann kannst du die Sachen immer direkt einlagern. Ohne, dass du suchen musst. Dann brauchst du nicht einmal schauen, ob das rein gehört oder so, sondern du drückst einfach da drauf und dann... Das linke Zeichen? Ja. Schau, da ist ja die Kiste dort stehen. Da steht ein Lager. Und oben da rum, dass du Kisten wie bei, ähm, Seven Days. Naja, gut, anscheinend... Ah, ich weiß schon, wie du meinst. Ja, ich weiß schon, wie du meinst. So, das Rezept weiß ich dann auswendig. Was haben wir hier? Soll ich dir den Ton zu Schüsseln verarbeiten, Norbert? Den wir haben? Das wäre nice. Ich meine, ich habe jetzt zwar noch 22, aber können wir immer wieder brauchen. Pilze. Pilze haben wir keine. Wo magst du deine Schüsseln rein haben? Brauchst du irgendwo rein, wo Platz ist. Ich lasst du die Rezepte rein. Passt. Merzi. Ah, da ist die große Insel. Jetzt werden wir dann gleich testen, ob der Vogel mich angreift oder ob er mich in Ruhe lässt. In beiden Fällen werde ich... Ich werde ihn einfach töten, glaube ich, wieder. Wenn er mich in Ruhe lässt, werde ich ihn trotzdem töten. Hätte ich gesagt. Weil dann könnte jeder von uns vielleicht seinen Vogelkopf haben mit der Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das was bringt, weil wir eben diese Gläser brauchen. Ähm, wenn ihr den Hai hört, bitte geht's zum Hai. Ja. Was soll ich sagen? Hai? Ja, was? Vielleicht auf Abhalt ständig unser Floß zu ficken. Schaut, den wir an. Fick zurück. Ach so, du hast schon nachgebaut, okay. Gut, ich werfe den Anker. Ich bin nur froh, dass der Vogel unser Dings nicht kaputt macht. Sowieso kann ich das jetzt nicht machen. Da unten ist ein... Da sind uffiele Fische. Die könnten wir sicher... Die könnten wir sicher mit einem Fangnetz oder sowas. Mit einem Fischernetz. Ja, mit einem Fischernetz. Wir brauchen noch so ein Insekten jetzt, damit wir mal... Ähm... Bienen und so weiter. Ähm... Ja, generell Insekten für Köder und so. Oh, Alter. Ja. Was denn, Norbert? Ich hätte jetzt der Vogel attackiert. Ist ja logisch. Er attackiert da. Endlich kann ich mal die Schaufel verwenden. Ich lasse den Dings immer in Ruhe. Schaffst du das, Alex? Ich bin aber noch in der Höhle. Ich habe Pilze für dich, Norbert. Super. 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 Nein, er lässt mich nicht in Ruhe. Ja, dann haben sie das. Das wäre wahrscheinlich zu leicht gewesen. Eine Schere würde ich brauchen. Da oben wäre schon wieder was zum Scheren, nämlich. Mit Wolle. Norbert, wenn du eine Schere craften kannst, dann am Fluss. Jupp. Da ist, holt ich schon wieder die Kiste. Ja, mir hat mich halb an. Da ist es für ein Looty-Boy. Das ist das erste, was er macht. Was soll ich sonst machen? Bresen. Eigentlich. Vielleicht mal Metall holen oder so. Das kann man ja dann auch immer machen zum Schluß. Weil ein Vogel lebt, oder? Ich gehe nicht unter Wasser. Unter Wasser tut er nichts. Oder der Stein fliegt ja unseres Wasser auch, oder? Nein. Letztens hat er mich nicht... Oh, er hat mich getroffen, obwohl ich dachte, ich bin ausgewichen. Ich komme gleich zu euch. Kein Stress, mach mal eine Schere, einfach ich kämpfe gegen den Vogel. Du weißt nicht, weil da könnten wir vielleicht auch eine Fichter scheren. Ich würde nämlich gern Wolle haben, dass wir uns da nochmal eine Rüstung oder so machen können. Wanderki ist eigentlich nur etwas Interessantes drin, Norbert. Alex? Mann. Was will man dasselbe? An Scharnier oder irgendwas? Oder am Bolzen? Okay, also ich bin schon ziemlich gut mit dem Bogen, muss ich sagen. Also ich sage, ich werde dann... Ich treffe jeden Schuss. Was? Wir fallen gleich zum Ausbauen an unserer Insel. Ja. Ich werde halt immer meinen Bogen dann aktuell halten und Pfeile machen, ja, weil... Ich treffe damit ziemlich gut und der Vogel dann... Ach dann, jetzt geht es auf dich, weil du zu weit weg von mir bist. Und ich starte dann mal die Koch-Offensive weiter. Du musst wieder zu mir kommen, Alex, bitte. Ich kämpfe gerade gegen eine Wildschwein, ich kann nicht zu dir kommen. Ich glaube, jetzt geht der Vogel auf Norbert. Ja. Ah, nein, da ist er. Ich bin gerade wieder lost. Ich komme gleich. Ich hätte mir wünschen, dass der Vogel auf mich geht, oder? Ah, aber ich glaube, der hat Angst vor mir. Was ist, Vogel ist tot? Jetzt könnt ihr entspannen. Ich bin schon voll mit dem Loot. Aber ich kann den Vogel wieder nicht nehmen. Ich verstehe das nicht. Hast du eine Schere, Norbert? Ja, ich muss dir mal kurz nochmal zurück. Äh, ja, nimm einen Fangnetz vielleicht mit. Falls das... Warte mal, was kostet zu... Was kostet zu einem Fangnetz? Ein Insektennetz könntest du theoretisch bauen. Aber das kann ich auch machen, eigentlich. Das soll ich mitnehmen, oder was? Ach, ich komme kurz runter zum Floß. Da, Alex, tut dir alles... Krieg ich falsch an dem Wasser, Alex? Nein, nochmal nicht. Ähm, ich mache geschwind. Ich mache geschwind was. Pilz-Omlet-Rezept. Ein Netzwerfer werde ich jetzt machen. 100 Insektennetz. Aber wenn du jetzt weg gehst, spawnt der Vogel da nicht. Die spawnt der Vogel da nicht. Und sollst... Was machen, wenn du eh dort bist? Vielleicht würde ich spawnen, keine Ahnung. Ich bin ja nicht dort. Ich muss dann... Ich weiß nicht einmal, wo ihr ihn gekeilt habt. Ganz oben, aber... Ich habe ihn ganz oben gekeilt, aber wenn er despaunt ist, auch wurscht. Weil... Der hat eh nicht funktioniert, der Helm. Und ich glaube nicht, dass er so viel gegeben hat, oder? An Fleisch. Ein bisschen was, aber... Soll ich häuten, wenn du voll bist? Bitte? Nein, egal. Alex, habe ich... Was denn? Na, ob ich hätte looten sollen, den... Das Schwein... Na, du kannst die restlichen Bäume... Na, das Schwein habe ich eh schon eins gekeilt. Das ist das Problem. Ich kann keine Bäume, nichts mehr. Ich bin mit Holz voll, mit allem voll. Ich glaube, Bäume fehlen halt da noch. Das war es, das oben. Das ist ganz oben, oder was? Ganz oben ist der Alpaka. Da, wo wir gerade waren. Da hast du irgendwo Bäume getroppt, oder was? Nein, da sind Bäume noch zum Abbauen. Gut, ich habe keine Angst. Na, Laufend, Alter. Dann ist nun mal das Unterwasser zu erledigen. Bitte? Ja, das Unterwasser. Dann ist nun mal das Unterwasser. Ich dachte, ich soll jetzt zum Vogel oder irgendwas zum Scheren gibt, habt ihr gesagt. Ganz oben. Hast du schon eine Schere? Ja. Achso. Ich muss jetzt erst einmal schauen, wie ich da raufkomme. Oh, wo kriege ich eigentlich einen Sekten her, Alex? Normal auf der Insel. Ich brauche bitte kurz in die... Ich höre da sogar grillen, glaube ich. Genau. So, ich schaue jetzt einmal nach. Ich habe jetzt mal ein Insektennetz. Das ist für die Köder dann, oder? Für die Fischköder. Nein, ein Insektennetz ist für Insekten. Yay, aber Insekten sind dann für die Fischköder. Achso, ja. Genau, ja. Wir könnten uns auch eine Wiese bauen, zum Beispiel. Also, wir könnten uns auch eine Wiese bauen, zum Beispiel für die Fischöder, zum Beispiel für die Fischöder. Ich nenne es Alpaca. Ich gehe jetzt auch mal ein bisschen nach auf die Insel. Ein bisschen was abbauen, da gibt es eben noch viele Bäume, sehe ich gerade. Ah ja, es gibt dann Bäume. Oh, das ist verschwunden jetzt. Was ist verschwunden? Alpaca. Aber wo kann ich Insekten finden? Sehe ich die dann einfach so, oder so? Oder muss ich in die Blumen rein? Alex. Normal sieht man die. Kannst nicht sagen, wie es jetzt ist. Ob man es noch immer sieht. Hast du Sachen weggeschmissen beim Händler, Alex? Ja. Okay. Also, ich weiß nicht, ob man das nicht zuerst killen muss, bevor man es schneiden muss. Dann töts. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt sind. Das ist urlästig, oder? Das stimmt, das glaube ich. Aber ich finde es halt trotzdem nicht okay, dass er so vom Alex-Rev so anwesend ist. Es hupft umeinander wie der Dominik, oder? So geil, meinst du? So ein geiler Bock. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich die Insekten finde. Ich habe auch nie einen Insekt gesehen. Da oben bei mir, ich höre dauernd Insekten. Ja, ich höre auch irgendwas, aber ich sehe halt nichts. Da sehen du dich auch nichts. Eine Minimo. Raus ist die blinde Kuh. Eine Minimo mehr. Weiter, wo ist das jetzt wieder hin? Ich habe keine Ahnung. Es ist beim Felsen.